Profil Podcast Diese und nächste Woche starten die Befragungen von zwei Untersuchungsausschüssen und das mitten im Superwahljahr. Kann das gut gehen? Darüber diskutieren Gernot Bauer, Innenpolitikredakteur bei Profil. Hallo Gernot. Hallo. Und Max Miller, auch aus der Innenpolitik. Hallo Max. Hallo. Also es gibt jetzt ja zwei Ausschüsse, die diese Woche, also heute am Mittwoch und kommende Woche starten. Einer wird von der SPÖ und FPÖ eingesetzt, der andere von der ÖVP. Max, um was geht es da überhaupt? Ja, du hast schon gesagt, es sind zwei und es sind beide sehr breit. Der, der heute beginnt, ist der COFAG-Urschuss, eingesetzt von SPÖ und FPÖ, bei dem es netterweise nicht nur um die COFAG geht. Also das ist schon mal das Erste, was ein bisschen irritiert. Einerseits, ja, es geht um die Corona-Finanzierungsagentur des Bundes, kurz COFAG. Die wird ja heuer aufgelöst. Und jetzt will sich die Opposition nochmal anschauen, wo da eigentlich die Gelder hingeflossen sind. Und zwar ganz spezifisch, ob Gelder an ÖVP-nahe Personen geflossen sind, an Millionärinnen und Milliardäre, die an die ÖVP Geld gespendet haben und ob die das vielleicht entweder zu Unrecht bekommen haben oder leichter oder mehr Geld bekommen haben, weil sie eben zum Beispiel durch Spenden mit der ÖVP verbunden sind. Da soll ja unter anderem auch der Investor René Benko, der jetzt ja immer wieder durch die Siegenden in den Schlagzeiten ist, auftreten. Was verspricht man sich davon? Man verspricht sich, glaube ich, vor allem einmal davon, dass man René Benko eine Bühne gibt, auf der er sich blamieren kann, auf der die Opposition ihn blamieren kann. Das dürfte, glaube ich, schon der Plan sein. Und natürlich versucht man irgendwie diese Verbindung von René Benko zu Kurz und der ÖVP darzustellen. Also irgendwie zu sagen, der ist so reich geworden, der hat das System ausgenutzt, weil die ÖVP ihm das erlaubt hat. Und das ist auch, ich habe schon davor gesagt, dieser Kofag-Urschuss, Kofag-Urschuss ist ein bisschen verkürzt, weil es geht nämlich tatsächlich nicht nur darum, ob eben zum Beispiel Benko aus der Kofag Geld bekommen hat, sondern allgemein, ob er aufgrund von Vernetzungen mit der ÖVP irgendwelche Profite geschlagen hat. Und da geht es dann zum Beispiel auch um die Steuerprüfungen, die bei ihm vorliegen. Thomas Schmidt hat ja auch gegenüber der WKStA ausgesagt, dass er, René Benko, hätte helfen sollen in dessen Steuersorgen. Und das sind auch alles Themen, die da mit besprochen werden können. Also sozusagen jedes Mal, wenn der Verdacht besteht, dass reiche Menschen sich in Österreich durch eine Verbindung mit der ÖVP beim Staat richten konnten, dann kann sich der Urschuss das anschauen. Man hört jetzt gleich schon, das ist natürlich ein unglaublich breites Themenfeld. Und dementsprechend liegt es jetzt an den Abgeordneten, da irgendwo einen Fokus zu finden. Du hast René Benko schon gesagt, das scheint der größte Fokus aktuell zu sein. Es ist natürlich etwas vom Alten, more of the same. Es gab bereits Untersuchungsausschüsse, die sich genau diesen Beziehungen gewidmet haben, die Max jetzt skizziert hat, nämlich konnten es sich reiche, sehr reiche Menschen, ja sogar Milliardäre in Österreich richten, einfach dadurch, dass sie ÖVP-Spitzenpolitiker kannten. Benko-Einfall, ich glaube auch über Sigi Wolf wird wieder gesprochen werden. Also SPÖ und FPÖ zielen da genau wieder auf das, was sie die Freundallwirtschaft und die Freunde des Sebastian Kurz nennen. Also es wird nicht so sein, dass jede einzelne COFAG-Förderung kontrolliert wird. Also all die Großunternehmer, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt keine Angst haben, dass sie vor dem Untersuchungsausschuss gezerrt werden. Aber er wirft schon ein bisschen so seine Schatten voraus, weil am Wochenende gab es Berichte über Förderungen im Bereich der Familie des Bundeskanzlers Karl Nehammer. Da gibt es auch Unternehmer und die haben natürlich wie so viele andere Leute, wie Verlage, wie Händler, wie Kabarettisten natürlich während der Covid-Zeit Förderungen bekommen. Wenn man so beginnt natürlich, dass man das Umfeld von Spitzenpolitikern abtestet, dann ist dieser Untersuchungsausschuss schon verloren. Wie Max ausgeführt hat, es wird darum gehen, Netzwerke neu aufzuklären. Wobei man die Frage stellen kann, Max, ob diese Netzwerke nicht schon fünfmal aufgeklärt wurden, jetzt in der Vergangenheit, und ob es nicht wirklich ein Zeichen ist, dass es dann mehr um ein politisches Manöver wieder geht in diesem COFAG-Untersuchungsausschuss. Ja, ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen an Abgeordneten, diesen Vorwurf zu entkräften. Weil ja, eben wie du sagst, Thema war das alles schon. Die COFAG war sogar spezifisch im letzten U-Ausschuss Thema. Die geladenen Personen in der ersten Woche haben teilweise das letzte Mal schon ausgesagt, Wolfgang P. schon macht heute den Auftakt, der war im letzten U-Ausschuss. Marc Schimpel, der von den Grünen nominierte Geschäftsführer der COFAG, war im letzten U-Ausschuss Auskunftsperson. Was man allerdings schon auch sieht, jetzt in den ersten beiden Tagen sind fünf Personen geladen. Und von drei von denen werde ich jetzt auch gar nicht den Namen nennen, weil die einfach medienöffentlich nicht relevant sind. Das sind Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte, die man in der Öffentlichkeit nicht kennt und auch nicht kennen muss. Jetzt nicht, weil sie unwichtig wären, sondern einfach, weil sie keine mediale Reichweite haben, sondern weil sie einfach Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte sind. Und das sind Leute, die haben zum Beispiel die Steuer Causa Benko geprüft oder eine pensionierte Finanzbeamtin, bei der einfach viele Dinge über den Tisch gelaufen ist, die gewisse Systeme erklären kann. Und da muss man schon sagen, ja, das ist vielleicht schon öfters behandelt worden, aber das sind genau diese Arten, wo man dann Systeme beschreiben kann, Systeme erkennen kann, dass man sich vielleicht schon auch zweimal anhören kann, um eben wirklich diese Zusammenhänge zu verstehen. Ich glaube, das Wichtigste, was Max jetzt gesagt hat, ist, es kommt auf die Disziplin und auf die Ernsthaftigkeit der Abgeordneten an. In den vergangenen U-Ausschüssen, und das hat fast alle Fraktionen betroffen, war es tatsächlich oft eine Schlammschlacht. Das haben die NEOS diesmal sogar sehr kritisiert und wollten eigentlich gar nicht teilnehmen an den U-Ausschüssen, da haben sich gegen neue U-Ausschüsse ausgesprochen. Das heißt, es hängt jetzt wirklich an den Vertretern von SPÖ, FPÖ und vor allem ÖVP auch zu zeigen, dass solche Untersuchungsausschüsse nicht nur ein Spektakel sind, sondern wirklich das wichtigste oder eines der wichtigsten Interpellationsinstrumente des Parlaments, mit der soll ja die Politik, die Exekutive überwachen. Ich glaube, wenn das wieder so ein Spektakel wird, wie die letzten Untersuchungsausschüsse, dann ist niemandem geholfen, auch nicht den Parteien. Also wenn jetzt irgendein Abgeordneter oder eine Abgeordnete glaubt, Moment, es ist kurz vor den Wahlen, in einem halben Jahr wird der Nationalrats neu gewählt, jetzt können wir leichte Punkte einfahren, dann täuschen sie sich, weil das schlägt letztlich auf die gesamte politische Kaste zurück. Gernot, du hast früher schon Ex-Kanzler Sebastian Kurz erwähnt, da gibt es ja jetzt einen nicht rechtskräftigen Schuldspruch. Hat der Kurz-Prozess eigentlich jetzt Auswirkungen auf den U-Ausschuss? Man muss sagen, es gibt zwei Auswirkungen. Die eine jetzt auf den Kofag-Untersuchungsausschuss könnte zum Beispiel sein, dass sich sehr viele geladene Zeugen einfach der Aussage entschlagen, so es möglich ist. Oder sie Angst haben, sie müssen jetzt Angst haben, dass sie sich vielleicht selbst belasten, dass sobald sie den Untersuchungsausschuss verlassen haben, vielleicht gleich kontrolliert wird von manchen Abgeordneten, ob sie die Unwahrheit gesagt haben und müssen mit dem Vorwurf einer falschen Zeugenaussage rechnen. Genauso wie Sebastian Kurz. Nur so leicht ist es nicht, sich der Zeugenaussage zu entschlagen, sondern das muss man schon sehr gut begründen können. Es gibt aber dann noch einen zweiten sehr wichtigen Punkt. Es gibt ja, wie wir es am Anfang gesagt haben, einen zweiten Untersuchungsausschuss, nämlich den rot-blauen Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss. Und den könnte man ja auch interpretieren als eine einzige große parlamentarische Reaktion der ÖVP auf all die Untersuchungsausschüsse, in denen Sebastian Kurz aus Sicht der ÖVP zum Opfer wurde. Eine Retourkutsche. Natürlich ist es eine Retourkutsche und die ÖVP leugnet das ja auch gar nicht. Also zuletzt Caroline Edstadler, Verfassungsministerin, hat ganz klar gesagt, dass die ÖVP nicht wie in der Bibel auch die zweite Wange hinhalten will. Und auch Andreas Hanger, der Abgeordnete, hat oft klargestellt, wir wehren jetzt auch und wir schlagen jetzt mit denselben Mitteln zurück. Und natürlich ist es auch ein bisschen ein Fragwürdiger. Und das ist natürlich schon eine Art Beugung dieses Interpellationsrechtes wie dem Untersuchungsausschuss. Und das zeigt ja auch, was die ÖVP untersuchen will, nämlich sie will die gesamte Regierungszeit. Von 2007 bis 2020, oder? Also das ist von Alfred Gusenbauer, wie er Kanzler wurde, bis zu den Zeiten, wo die schwarz-grüne Regierung ins Amt kam. Das schaut doch wirklich nach Revanche aus, Max. Ja, also Andreas Hanger hat jetzt auch zum Beispiel bei uns im Profil-Chat Ballhausplatz gesagt, er bräuchte quasi beide U-Ausschüsse nicht. Aber eben quasi, wenn man so lange den ÖVP-U-Ausschuss letztes Mal hatte, dann will man sich auch wehren, dann will man jetzt auch mal die andere Seite anschauen. Ja, also das ist ganz offen eine Retourkutsche. Und es ist ein bisschen fraglich, ob das wirklich das richtige Instrument dafür ist. Sie haben einen Etappenerfolg schon zu verzeichnen, die ÖVP, weil es gab die Versuche der SPÖ und der Freiheitlichen vor dem Verfassungsgerichtshofs, die Rechtmäßigkeit dieses rot-blauen Machtmissbrauchuntersuchungsausschusses zu beanstanden. Aber es ist ein bisschen ein kompliziertes Verfahren. Aber das Ergebnis des VfGH ist, dass dieser U-Ausschuss zulässig ist. Und der wird dann auch demnächst auch beginnen. Und ich habe mir extra jetzt für diesen Podcast noch einmal rausgesucht, was eigentlich auf der Parlaments-Homepage steht. Da ist nämlich zu lesen zum Untersuchungsausschuss, es soll dabei nicht um Streitigkeiten gehen, sondern es sollen Tatsachen festgestellt werden. Und zu befürchten ist, dass es genau umgekehrt sein wird. Schon allein auch deswegen, weil wieder Wolfgang Sobotka jeweils den Vorsitz führen wird in beiden Untersuchungsausschüssen. Und der Herr Nationalratspräsident, das ist zwar legitim, das entspricht der Gesetzeslage, aber das ist natürlich ein rotes bzw. schwarzes Tuch für die anderen Fraktionen. Ja, und leiten wird das Ganze ja die Verfahrensrichterin Christa Edwards. Die leitet auch beide U-Ausschüsse. Kann das überhaupt gut gehen in so einer kurzen Zeit? Ja, das glaube ich tatsächlich schon. Also Christa Edwards hat in den letzten U-Ausschüssen, war sie stellvertretende Verfahrensrichterin und hat eigentlich immer mit einer sehr ruhigen und besonderen Führung auf sich aufmerksam gemacht. Ist, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt auch in den Fraktionen eigentlich unumstritten. Und ja, also da glaube ich jetzt tatsächlich, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn das dieselbe Person macht in beiden Ausschüssen, weil man dann nicht das Problem hat, dass man sagt, okay, in dem U-Ausschuss urteilt Person A so und Person B macht es im anderen U-Ausschuss anders, sondern da kann man eine Linie quasi durchziehen. Und ich traue das schon durchaus zu, ja. Vielleicht ist das Honorar auch günstiger. Sonst hätte man zwei Verfahrensrichter, bzw. Verfahrensrichter gebraucht und so. Vielleicht gibt es einen Pauschalpreis. Aber wegen der Nationalratswahl hat man jetzt auch nur, glaube ich jetzt, drei Monate sind es, glaube ich, jetzt Zeit, oder? Genau, jeder, also beide Ausschüsse haben jeweils nur sechs Befragungstermine. Wir haben jetzt schon ewig, nicht ewig lang, aber wir haben jetzt schon recht lang darüber gesprochen, was eigentlich alles Thema ist. Jetzt kann man sich vorstellen, wir haben ja da jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, diese ganzen Themen in sechs Tagen jeweils durchzugehen. Das ist schon sehr ambitioniert, um es nicht zu sagen. Und es gibt ja schon ein paar Anzeichen, wie weit runter das Ganze geht. Einerseits wird es wieder gehen in diesen rot-blauen Machtmissbrauchuntersuchungsausschüssen, diesmal um Inserate aus der Ära von Bundeskanzler Faymann, an denen sich unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Und andererseits geht es auch zum Beispiel um Kugelschreiber aus der Ära, als Innenminister noch Herbert Kickl war. Da gab es bereits Medienberichte, dass Herbert Kickl sehr teure Kugelschreiber und auch Füllfedern angeschafft hat als Geschenk. Wenn das jetzt sozusagen schon ein Hinweis ist, wie es weitergeht, dann wird es ein bisschen weniger. Es war ein bisschen auch so, skurril war auch natürlich der Konter der FPÖ, die meinen, dass der Herbert Kickl nur Big-Kugelschreiber verwendet, dass das Geschenke waren. Beim ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss wurden jetzt Rufe nach einer Live-Übertragung bei der Befragung ja laut. Warum ist das jetzt eigentlich nichts geworden? Vor jedem U-Ausschuss gibt es irgendwie dasselbe Lied. Alle Fraktionen sagen, sie hätten gerne eine Live-Übertragung. Am Ende des Tages wird man sich nicht einig und es gibt wieder keine Live-Übertragung. Es gibt ein paar berechtigte Kritikpunkte oder berechtigte Sorgen, wenn es um die Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen geht. Da muss man ein bisschen sagen, dass das Parlament da aktuell zumindest mit zweierlei Maß misst, weil die Redakteurinnen und Redakteure, die drinsitzen, die dürfen live mitschreiben und sonst gar nix. Das Parlament selbst macht natürlich Aufzeichnungen, um das Protokoll danach in voller Länge auf die Website zu stellen. Und teilweise eigentlich gerade ebenso bei Personen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, die man jetzt nicht medienöffentlich nennen muss. Im Parlament stehen alle Namen offen online. Also sozusagen der Persönlichkeitsschutz, der ist da schon breit ausgelegt, um es nett zu sagen. Aber ja, da gibt es immer dieselben Bedenken. Dann kommt man immer kurz vor dem Urschuss drauf, dass man das eigentlich abklären sollte. Und jetzt in dem Fall war es so, dass es einfach keinen Termin gab, offenbar, wo sich die Referentinnen und Referenten gescheit absprechen konnten. Ja, und jetzt kommt es halt mal wieder nicht. Es könnte auch sein, dass ein Ergebnis dieser beiden Untersuchungsausschüsse der Ruf nach einer Reform der Untersuchungsausschüsse sein wird, wo dann auch vielleicht endgültig auch die Frage der öffentlichen Übertragung dieser Ausschüsse geklärt wird. Wir kennen das aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Amerika. Da gibt es Fernsehsender, die tun nichts anderes als den ganzen Tag, Ausschüsse im amerikanischen Parlament, im Kongress zu übertragen. Die haben sogar gar keine so geringe Einschaltziffern. Max war sehr oft im Untersuchungsausschuss, in der Vergangenheit ich nicht so oft, aber auch hin und wieder. Es ist teilweise schon sehr unterhaltsam natürlich zum Zusehen, vor allem, wenn natürlich die Big Shots da sind, vom Bundeskanzler abwärts, wenn natürlich Beamte dort sind. Dann ist es natürlich weniger interessant, aber auch... Ich würde nicht sagen, weniger interessant. Es ist teilweise wirklich spannend, was die Beamtinnen und Beamten erzählen, aber es ist halt für ein sehr, sehr selektives Publikum, um es freundlich zu formulieren. Was dann wieder gut wäre für die Anonymität dieser... Es sind ja immer, man muss immer eins festhalten, dort sind ja keine Beschuldigten, die dort aussagen. Das sind auch nicht einmal Zeugen jetzt nach der Terminologie, sondern es sind Auskunftspersonen. Und man sollte solche Auskunftspersonen schon auch mit einem gewissen Respekt behandeln, egal ob das jetzt ein ehemaliger Minister ist oder ein Spitzenbeamter. Aber gerade, was die Beamtinnen und Beamten betrifft, natürlich ist es ein bisschen schwierig abzuwägen, weil die stehen aus guten Gründen jetzt nicht in der ersten Reihe in der Öffentlichkeit, weil die machen einfach ihren Job. Aber das ist für mich auch immer spannend gewesen, denen einfach zuzuschauen, wie sie beschreiben, wie sie arbeiten, weil die wenigsten Leute von uns können sich vorstellen, was eigentlich ein Finanzprüfer im Finanzministerium eigentlich macht. Und wenn der dann aufdröselt, warum bei der Finanzcausa Wolf sie halt irgendwie etwas gewittert haben, das ist schon interessant. Das sind natürlich Details, die man dann zu Recht teilweise ein bisschen anonymisiert. Aber ich glaube, das könnte der Verwaltung auch ganz gut tun, wenn man als Bürgerin, als Bürger das auch sehen kann und quasi zuhören kann, wie die Verwaltung eigentlich funktioniert. Und da muss man ja loben, zum Beispiel bei einem der letzten Untersuchungsausschüsse wurde befragt ein Sektionschef aus dem BMF und ein sehr hoher Beamter in der Finanzverwaltung. Und da wurde klar, dass beide sich eigentlich widersetzt haben den Wünschen von Milliardären und Großspendern der österreichischen Volkspartei. Und da gab es politischen Druck auf beide Spitzenbeamten. Und es wurde völlig klar, dass die sich widersetzt haben diesem Druck. Also dadlose Beamte, wie man sie sich als Bürgerin und Bürger nur wünschen kann. Also die gesamte Finanzcausa Wolf, das ist auch wieder lustig, dass es jetzt nochmal neu aufgerollt wird, weil im letzten Urschluss hat sich eigentlich gezeigt, dass die gesamte Finanzcausa Wolf ein einziger Erfolg der Finanzverwaltung war, wo es tatsächlich starken politischen Druck gab und die Finanzverwaltung gesagt hat, nein, das gehört sich anders, wir machen das anders. Und deswegen ist das ja überhaupt jetzt erst ein Strafverfahren, weil da wirklich Beamtinnen und Beamte gesagt haben, wir können es noch so stark auf uns draufdrücken, wir machen es richtig. Und jetzt sind wir vielleicht wieder am Anfang unseres Podcasts, bei der Causa Benko, weil da gibt es natürlich die große Frage, warum wurden Teile des Finanzakts von Wien in die Sphäre der Finanzbehörden nach Innsbruck transferiert? Das ist ja so eine große Frage. Und die wird, nehme ich an, auch dort intensiv behandelt werden. Genau, da gibt es heute die ersten Befragungen dazu. Es bleibt also spannend, doppelt spannend in diesem Fall und das auch noch im Superwahljahr mit zwei großen Wahlen. Lieber Max, lieber Gernot, vielen Dank für eure Zeit und Sie hören uns wieder kommende Woche beim Politik-Podcast. Danke. 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 Danke.